Das ist Hong-Chi-Ho. Hong-Chi-Ho ist rational. Hong-Chi-Ho ist vernünftig. Hong-Chi-Ho glaubt an nichts, was nicht wissenschaftlich belegt ist. Nur weil ich etwas sehe, bedeutet das nicht, dass ich es glauben muss. Nur mir selbst muss ich glauben. Wenn ich meine Augen öffne, dann bin ich in einer Welt, wo Lügen und Wahrheit koexistieren. Das ist Hong-Chi-Ho. Ich plane einen Ausflug für dieses Wochenende. Ich plane einen Ausflug für dieses Wochenende. Sie werden sehr weit reisen. Wie lange wollen Sie verreisen? Wie lange planst du weg? Wie lange planst du weg? Wie lange planst du weg? Wie lange...